Wir gucken erst mal Kone fahren, ne? Jede Meister haben jetzt gesagt, ja guckt ja Kone fahren. Ja, gucken wir uns jetzt einfach mal Kone fahren. Mit Rechte, wisst ihr was? Kevster McFly macht nicht nur jede mhmhmhm Lesbe geil, sondern er ist auch noch ein talentierter Rapper. Du bist stolz, weil du über deine Maler-Tut. Kevster McFly hat schon mehr in Gold gefickt als Tiger Woods. Menschen, mit denen ich mich nicht anlege. Hä, das war laienmäßig richtig stark. Ey, das war ja, das war, ey. Und das von jemandem, von einem Underground-Rapper. Kester-Style hat schon mehr im Golf gefickt als Tiger Woods. Das ist stark. Ey, die Line ist wirklich stark. Ima Animator, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du auch mit am Starten bist. Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Belohnung ist momentan nicht vorredet. Ich glaube, ich habe die auch nur dreimal eingestellt. Oder viermal oder so. Ich muss mal gucken. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Sonst ging das bei mir nie. Jetzt geht's wahrscheinlich. Menschen, mit denen ich mich nicht anlege. Kevster-Style. Auf jeden Fall macht der mir jede Woche wieder richtig heftige Thumbnails. Sie sind so geil, dass sie sogar Alpha Kevin einfach mal geklaut hat. Ey, das ist so ein Bastard. Das muss man jetzt mal... Darf ich eigentlich einen anderen Streamer, einen Twitch-Partner beleidigen? Darf ich sagen, dass Grundy vom Bastard ist? Darf man das? Jetzt sagt er hier... Ja, 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 geklaut, geklaut, geklaut. So, warte, warte. Hier, die Thumbnails sind doch schon gar nicht mehr so. Jetzt wäre ich immer noch damit kritisiert. Schon drei Wochen lang habe ich die nicht mehr geklaut. Nee, schon über einen Monat. Ey, einen Monat lang habe ich keinen Thumbnail mehr geklaut. Das letzte Mal, das war zu Just Nero. Da habe ich noch geklaut. Aber ey, der zeigt hier ein Bild. Der steht vor drei Monaten. Der will mich komplett verarschen, Leute. Aber gut, was soll man auch von jemandem erwarten, der aus dem Osten kommt? Spaß! Nein, das war natürlich... Vor allen Dingen, Tim hat mich vorhin gefragt, ob ich sein Thumbnail machen kann, weil er konnte es eigentlich nicht. Und dann hat er es trotzdem selber gemacht. Das ist halt einfach eine stabile Sache. Aber Hauptsache, mich dann fragen und mich dann hier im Video schlecht darstellen. Das ist ein ganz armes Deutschland. Spaß, ich will nur nicht, dass die ganzen Ossis mich jetzt deabonnieren. Yeah, Ostdeutschland! Wuhuuu! Ja, gleich ab. Like das Video und lasst ein Abo da. Jetzt allerdings ist es das erste Mal vorgekommen, dass ich einfach random eine Rechnung in mein E-Mail-Postfach erhalten habe. Der meint, die Bildrechte zu haben von einem Teil eines Thumbnails, welches ich hochgeladen habe. Es geht um das Cake News, wo ich über Karl S. Inscope und Tim Gab... Also, wie hat er denn das ausgeschnitten, ne? Also, das ist ja ganz wild. Aber er muss er ja letztendlich auch machen. Er muss ich sagen, sehr professionell. Also, sehr professionell gemacht. Karsten, ich grüße dich hin, dass du da bist. Das Ding ist nämlich anscheinend, dass Karl S. so erfolgreich gedacht hat, dass er teilweise Bilder von sich erstellen lässt, an die er selber gar nicht mehr die Rechte hat, sondern halt die Fotografen. In diesem Fall zum Beispiel Stefan Röhl. Ich habe also nichts an, in diese E-Mail... Darf er... Also, das finde ich jetzt ein bisschen mutig. Jemand, der hier die ganze Zeit rumklagt, wie dieser Stefan Röhl, ihn noch mit dem Namen direkt zu konfrontieren. Okay, da muss ich sagen, okay. Okay, okay. Mit der Überschrift Urheberrechtsverletzung YouTube bekommen und dachte mir erst so, ja, welche Reaction muss ich jetzt löschen? Aber anscheinend hat er zum Glück doch nur die Rechte an einem Bild von Karl S. Puh, ich dachte schon, ich muss alle meine Videos entfernen. Das Ganze soll mich jetzt auch einfach 291 Euro nach Lizenzierungskosten kosten. Aber nicht nur das. Er packt darauf sogar noch einfach gratis dazu einen 100% Aufschlag, weil ich ja den Urheber nicht genannt hatte. Das heißt, am Ende sind wir da bei knapp 600 Euro. Alter, was? Als ob man deswegen... Ey, ich habe extra nachgeguckt, ob ich irgendwo von Karl S. ein Bild verwendet habe. Aber ich glaube, ich habe wirklich noch kein Video gemacht, wo es um Karl S. ging. Also weder ein Thumbnail, noch habe ich den sonst irgendwo mit reingepackt. Gott sei Dank, das ist wirklich... Das ist ein Wunder, dass ich das gemacht habe. Und die Leute, die eine übelkrasse YouTube-Kacke gemacht haben, ey, wenn die jetzt dafür bedankt werden, das ist halt schon hart. Euro. Ich habe bis zum 1.8. Zeit. Ansonsten kommt der Anwalt. Eigentlich kommt der ja gar nicht, der schickt mir dann nur eine Abmahnung. Alleine das finde ich halt aus mehreren Punkten einfach absolut lächerlich. Kester hat hier aus mehreren Werken eine ganz neue Collage gebastelt, also ein ganz eigenes Werk erstellt. Ich meine, da sind mehrere... Ja, aber da muss ich sagen, nur weil du ein Bild verwendest oder das bearbeitest, heißt nicht, dass es nur dein Werk ist, weil das wäre nie entstanden ohne den, der das Bild gemacht hat ursprünglich. Also dieses Urheberrechtsding ist ja nicht für umsonst da. Theoretisch dürfte man auch nicht so ein Bild verwenden, ohne nachgefragt zu haben, ob man die Erlaubnis hat. Also muss man schon so sehen. Trotzdem asozial. Alter, wegen dem Thumbnail. Sorry, aber das ist ja nicht das Originalbild, was er nochmal hochgeladen hat, wo man sich mit profitieren kann oder so. Äh, profilieren kann, meine ich. ...Personen drin. Dann ist da ein Hintergrund drin. Dann dieser Cake-News-Rand. Dann ich als Zeichentrickfigur. Dann hat er da noch so einen Text eingeführt. Es wurde also ein komplett eigenes Werk daraus gemacht. Was hast du bitte zu diesem Thumbnail beigetragen, dass du 600 Euro daran verdienen dürftest? Digga, du trägst nicht... Na, na, vor allem 600 Euro. Also wie kann es sein, aus so einem Bild 600 Euro verlangen zu dürfen? What the fuck, Alter? ...mal 10% zum Thumbnail bei, Alter. Darüber hinaus ist das ja nicht mal irgendein krasses Foto. Es ist ja nicht mal das Wichtigste oder das, was im Mittelpunkt ist. Ich meine, du hast einfach nur eine berühmte Person des öffentlichen Lebens fotografiert. Du selber hast doch halt einfach quasi gar nichts dazu beigetragen. Ich habe natürlich auch direkt mit meinem Anwalt telefoniert. Und der hat mir lustigerweise auch gesagt, dass das halt komplett in Ordnung ist, da Kevstar Style hier eine komplett eigene Collage und dadurch ein eigenes Werk erstellt hat. Also haben... Also ich dachte trotzdem, dass... Wenn man das Bild ja macht, auch wenn es eine Collage wird, dass man das eigentlich nicht darf. Gut, dann ist es natürlich nice. Wenn es so funktioniert, dann ist es natürlich nice. Hier mal wieder eine Person, dessen einziger Lebensinhalt es anscheinend ist, anderen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich meine, es tut mir halt wirklich leid, dass bei dir so schlecht läuft, dass du alle möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen schicken musst, die auch nur einen minimalen Teil deiner Bilder benutzt haben, um irgendwie die Miete zu zahlen. Aber findest du das nicht selber irgendwie so ein bisschen traurig? Ich kann nichts dafür, das bei dir nicht läuft. Aber warum musst du jetzt versuchen, mir zu schaden? Ich verstehe so ein Verhalten einfach nicht. Dann stellt sich bei mir sowieso die Frage, warum geht man überhaupt dagegen vor? Das ist halt wie dieses ungeschriebene YouTube-Gesetz, dass man halt andere Leute nicht abmahnt, strikt oder verklagt oder sonst irgendwas, nur weil die halt bestimmte Inhalte deiner Videos benutzt haben. Ich meine, hast du jetzt irgendeinen Nachteil dadurch, dass ich einen Teil deines Fotos auf eine ganz neue Collage, auf ein Thumbnail gebracht habe? Hast du irgendwelche Nachteile dadurch? Behindert dich das bei irgendwas? Ich glaube nicht. Ich meine, selbst wenn du im Recht wärst, was du nicht bist, wäre das halt eine absolut lappenhafte Aktion, deswegen so eine komische, übertriebene Rechnung rauszuschicken. Ich meine, solange die Personen aus deinen Inhalten noch was ganz Eigenes und Neues basteln, also ein kreativer Prozessermachen war, ist es doch absolut in Ordnung, wenn die Leute halt deine Werke benutzen oder nicht? Warum muss man da den Oberalm... Ich weiß nicht, also ich finde auch, da will sich einer auf Krampf... Ja, da will einer auf Krampf halt Geld verdienen mit dem Leid anderer sozusagen, was ich einfach nur abstoßen finde. Ich meine, der hat ja selber nichts dazu beigetragen. Ich gehe nicht davon aus, dass er der Kameramann von Karl S. ist, sondern dass er einfach jetzt für Karl S. sozusagen einspringt oder sein Name wie vertritt und ihn dann verklagt dadurch. Also das ist ja absolut lost. Das ist wirklich absolut lost. Und direkt ankommen, ich habe dir hier eine Rechnung geschrieben, das überweist du mir jetzt aber auch bitte, ja? Und dann geht er rüber zu seinem WG-Mitbewohner, ich habe dir vorgestern 5 Cent geliehen, ich hätte dir jetzt bitte zurück. Das Lustige ist ja eigentlich auch, dass der Typ halt generell alles strikt, wo irgendwelche Bilder oder Bildschnipsel von ihm benutzt worden sind. Es gab ja zum Beispiel mal diesen Karl S. Mount Everest Song, beziehungsweise den gibt es halt immer noch, aber die originale Version musste halt einfach runtergenommen werden. Denn da rollt halt auf diesem Mount Everest die ganze Zeit so ein Kopf hin und her. Und ja, ihr könnt es euch schon denken, dieser Kopf ist Teil eines Bilds von diesem Stefan und der hat das dann halt einfach mal urheberrechtlich striken lassen. Wegen einem Kopf, der da... Ähm, äh, mal bitte ein Mod slash Poll machen. Tobi, es wäre cool, wenn du das machen könntest. Und stell die Frage, findet ihr die 600 Euro sind gerechtfertigt? Das wäre mega cool. Ich meine, was soll das? Das ist ein Troll-Song. Alles gut, bei dir. Aus welchem Grund muss man denn sowas striken lassen? Also ich meine, man kann es doch auch ein bisschen übertreiben, oder nicht? Wenn ich versuchen würde, jedes Meme, was irgendwo im Internet vor mir rumkursiert, sperren zu lassen, Bruder, dann würde ich zehn Jahre nichts anderes machen. Es ist doch absolut in Ordnung, solange man eigenes Werk daraus macht. Wenn das jetzt ein Video wäre, was wirklich nur durch deine Arbeit entstanden wäre, dann könnte ich das natürlich verstehen, dass du da irgendwie auch ein bisschen Geld für haben möchtest. Aber dein Bild steht da überhaupt nicht im Mittelpunkt. Man hätte theoretisch jedes Bild von Carl S. nehmen können. Dass es halt deins geworden ist, ist halt absoluter Zufall. Mal abgesehen davon, steht dieses Bild halt auch nicht im Vordergrund. Junge, da rollt ein fucking Kopf dem Mount Everest entlang. Was ist daran so schlimm, dass du dich so krass einkackst, dass du solche Videos striken lässt, oder die Leute anschreibst, dass sie das doch bitte zensieren wollen? Ja, wow, du bist ein ganz toller Held. Ey, du hast es geschafft im Leben. Natürlich bin ich... Der einzige Held, den man hier sieht, ist einfach Tim, aber sogar... ...ebenfalls der Meinung, dass auch Fotografen halt geschützt werden sollen. Und natürlich auch diese Fotos. Aber ich finde, man kann das Ganze halt auch übertreiben. Ich lasse doch auch keine Leute striken, weil die halt einen 5-Sekunden-Ausschnitt von meinem Video irgendwo hochgeladen haben. Außerdem finde ich auch die Kosten halt etwas übertrieben. Ich meine, du willst 600 Euro einfach dafür, dass du auf einem Thumbnail von einem Video ungefähr 10% des Platzes eingenommen hast. Das heißt, ein komplettes Thumbnail kostet bei dir 6.000 Euro, oder was? Na gut, die Hälfte muss man ja abziehen, weil das diese Nachlizensierung ist. Aber 3.000 Euro hier, Digga. Und selbst wenn man jetzt sagen kann, ja gut, aber ihr verdient mit den Werken ja auch Geld. Ja gut, aber du hast doch im ersten Moment halt gar keinen Nachteil. Und deine Arbeit ist auch nicht der Grund dafür, dass... Also jetzt ist natürlich die Frage, sind die 600 Euro gerechtfertigt? Würdet ihr sagen, oder würdet ihr sagen, der Typ hat recht, dass man das auf jeden Fall... Oder könntet ihr es nachempfinden, dass der Typ schon will, dass man ihm Geld gibt für das Bild, oder dass man ihn wenigstens fragt für das Bild oder so? Oder findet ihr, ja, es ist doch selbstverständlich, dass man auch die Bilder einfach so benutzt? Ja, also 80% sagen, nein, äh... 600 Euro ist nicht gerechtfertigt. Dass wir dieses Geld verdienen, also verstehe ich nicht, wie man sich da so einkacken kann. Das ist halt wirklich so dieses typische Allmann-Verhalten. Oh, ich hab dir gestern Nutscher gegeben. Ja, das möchte ich genauso. Aber 30 Cent wiederhaben, du. Stefan Röhl, damit bist du für mich wirklich absolut... Aber das ist krass, ey. Was ich grad nicht verstehe. Darf... Darf er einfach so den Namen von dem Instagram-Profil darf er das einfach so veröffentlichen? Ich weiß es nicht. ... unten durch. Ich werde ihm jetzt eventuell einfach ein kleineres Angebot machen, weil mein Anwalt meint zwar, dass wir da halt wahrscheinlich gewinnen werden, aber ganz ehrlich, auf diesen ganzen rechtlichen Quatsch, hin und her, kreuz und quer, jahrelange Gerichtsprozesse und was nicht noch alles, und am Ende sagt der Richter, jo, juckt mich eigentlich auch nicht und dann gibt's sowieso irgendwie eine außergerichtliche Einigung, werde ich ihm wahrscheinlich ein etwas kleineres, faireres Angebot machen, was keine 600 Euro sind. Entweder er nimmt das halt an oder wir gehen halt doch den rechtlichen Weg. Also mir ist das egal, Digga. Mein Leben läuft momentan super. Vielleicht kannst du das ja auch irgendwann mal sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dabei. So wird das auf jeden Fall nichts. Also verstehe ich jetzt nicht, warum er ihm überhaupt Geld gibt. Aber ja, letztendlich, wenn du dann dieses ganze Gerichtsverfahren und sowas, es kotzt einen einfach nur noch an. Deswegen kann ich vollkommen verstehen, dass man dann einfach die einfache Art und Weise wählen möchte. Musik 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 Outro